Hallo liebe Zuschauer, ich bin der Legendenkiller und heute mal ein kleines Tutorial, wie man so einen Panzer hier mit einer Magnum zerstören kann. Ganz einfach C4 an den Panzer werfen, dann mit der Magnum draufballern und das C4 auch treffen, nicht so wie ich. Und dann ist der Panzer platt. Naja, das Ganze funktioniert auch mit einer Sniper oder einer Granate, kann man einfach draufwerfen. Und ja, da könnt ihr mal rumexperimentieren, mit welcher Waffe man das noch machen kann. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Ja, da bedanke ich mich bei Warnis Tinsen, der sich gerade eben in dem Video im Panzer reingesetzt hat und sich einfach killen lassen hat. Und ja, hier noch einen schönen Kill. Man muss ja nicht immer selbst mitmachen, wie ich das mache, hier gemacht habe in dem Video, aber egal. Naja, das Ganze funktioniert, so, natürlich auch mit Minen. So, wie wir hier gemacht haben, einfach aufs Auto geparkt und dann wie so ein Löwe an der Gazelle von hinten anschleichen. Dann macht der Rauch, dann hat man noch besseren Sichtschutz und zack, Kill bekommen. Ja, so kann man seinen KD aufbessern und mehr Punkte bekommen. Ja, so kann man seinen KD aufbessern.